Die ist an der Treppe, die ist an der Treppe, die Treppe, linke Seite von der Treppe, hol deine Strohflinte lieber raus, dass sie einfach reinkommen, wenn die von rechts kommt, ich hab ne Grizz-Mod, wie gesagt, ich will sie dir, um Gottes Willen, 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 du hast so was von verdient, weißt du das, du hast Brotze so hart verdient, und nicht anmachen, Junge, Junge, du warst so scheiße, der Jackal vom Gegner, jemand hat das Spiel verlassen. Halt dein Maul, wenn du geschossen hast, ja, geschossen hast du, aber getroffen hast du nicht, aus drei Meter Entfernung, mit einer halbautomatischen Strohflinte. Er trifft dich, wenn das Strohflinte auch die Nähe. Du musst ja nicht mal damit, du musst damit ja nicht mal zielen, das bringt dir auch nur noch einen Nachteil, wenn du damit schießt, wegen dem Rückstoß. Nicht vier, weil du sie nicht getroffen hast. Du hast links, rechts, das... Einmal. Oh Gott. Für die Kanzel. Da steht er da noch da. Ja, Magazin wechseln. Wär's mal schön. Und ich Pistole rausholen. Halt die Klappe, halt einfach die Klappe, du mal. Gespeichert, gespeichert.